Was geht abläusend ab in einer neuen Folge? Thank Godness you're here. Wir müssen Suppe in den Einkaufswagen packen. Steal, please don't. Haha. Ist ja auch geil. Was? Das gefällt dir nicht oder was? Die hier? Achso, die kann ich da nicht hinschmeißen. Triple with Bit? Okay, die sind zu schwer. Zu trocken. Verdammt. Hier, geile Tomate. Ähm, die Tomate kennen wir. Tomatensuppe. Big Boys Tin Dinner. Will die Biss Wet Mix? Wie willst du damit? Wahrscheinlich zu wet. Ah ne, geht gar nicht rein. Suppe zum Pushen. Komm schon. Zu Meta? Was ist denn das? Das Bohnen sind ein Bessert. Die ist bestimmt die Verstaubte da oben. Breakfast Blend. Ah. Oh, was ist das? Cammy's Breakfast Blend. And only 40 years out of date. We'll take the lot. Boom. Der hätte es gedacht. Es ist alles dumm. Hallo. Wow. Geil. Ist das alles dumm. Oh nein. Ich will kein Würstchen im Loch. Macht er keins mehr? Hm. Okay, er hat anscheinend aufgehört. Glaub ich. Ne, kommt kein Würstchen mehr raus. Gut. Dann gehe ich mal weiter, ja. Ich dachte wirklich, vielleicht einen Chief mit dafür. Vielleicht macht er es dann doch nochmal. Oh nein. Christian ist mir leid. Oh, er hat sich selber gar nicht mehr sauer gemacht. Er ist richtig sauer. Oh, okay. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Offenlich reiht weh. Ich versorgte den Schlüssel. Und er ruft gleich Piet an. Die kennen sich. Da merkt man, das sind die Sweets, Alter. Oh, die Piet sagt man eigentlich, ne? Willst du noch Zehner? Ja, Digga. Schön slappen. Habe ich da gerade noch Pool rausgehauen? Ah, ne. Das sind die Kohle. Ich bin geliebt. Job. Er hat einen Sack da hingelegt. Er ist ein Ehrenmann. Bist du ein richtiger Ehrenmann? Ist der nochmal hoch? Ne. Okay, wieso? Er hat das Telefon rausgezogen. Wow. Warte mal. Hä? Ähm. Was höre ich hier? Oh, das ist die Frau, die die Schnecken nicht mag, oder? Hier hat eine Schnecke. Ob die wohl übersehen? Ne. Wo ist die Dame denn? Ah, hier. Ist schön. Geh weg von mir. Christian gibt einfach auf. Ja, der Gott, der Gott hat leider den Verstand verloren bei mir. Hm, hm. Oh Gott, Alter, die armen Schnecken, Alter. Was ist denn in dieser Stadt eigentlich los? Was ist das? Iiiiih. Ja, soll ich in den Brunnen, ne? Okay. Oh Gott. Sonst gibt es hier nichts mehr. Kein Maulgoth, dann gar nichts. Na gut. Oh nein. Dann ab in den Brunnen. Oh, oh. Okay. Brunnschnecke tot. Blöses Zühlschneckenproblem. Geil. Aber der Eimer, der netzt ja doch hier unten, also. Oh. Ähm. Zuckedurgezogen Einladung. Wow, geil. Haben wir das auch. Schön. Hm, hm, hm. Ein bisschen offiziegt hier, aber eine andere Sache wird wirklich laut. Ein Rooster's Ei. Was? Ähm, okay. Alles klar, ein Hahn in ein Ei. Natürlich. Macht Sinn. Oh, hier ist auch alles frittiert. Wow. Guck mal, da oben die Augen, Alter. Wie eklig. Das ist mir das letzte Mal aufgefallen, als wir gerade oben durch sind. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Na klar. So, neue Zigaretten, Meerestiere, Frische. Ach, Pfeifen haben die jetzt, natürlich. Ähm, ähm. Stelle einen Fischhändler zufrieden. Okay. Ich sag dazu immer nichts mehr. So, Pfeifen ist draußen. Wir gehen weiter. Und er macht das Ding zu. Ich verstehe, warum. Oh, hier ist alles zu. Und es ist alles ausverkauft mittlerweile. Der Fleischhund. Auch hier. Der hat auch zu, der innen. Oh, hier ist der Müll jetzt weg. Guck mal, wir kommen jetzt durch. Ähm. Gibt es hier sonst noch was drin? Er wünscht immer noch seine Tegel. Okay, danke, dass wir das erfahren haben. Oh, verstehe ich. Die haben zu und es sieht sehr eklig hier aus. Gut. Jetzt dann, Rog. Was ist hier drin? Es ist meine Hände, Mann. Es ist einfach zu groß. Zu groß? Du kennst du mich? Ich denke, dass ich mich nicht zu groß ist. Ich weiß, dass Leute mich immer für meine Hände ausfüllen. Wirklich? Ja. Ich habe mich in der Schule, die mich als Pan-Hände. Die Kinder mich als Fat-Hände. Aber jetzt schauen Sie mich an. Ich habe mich sehr große Geschäftsmodelle. Und ich habe alles gut gemacht. Und ich habe alles gut gemacht. Und ich habe alles gut gemacht. Dein eigenes Shop. Die besten Handeln in der Stadt. Und deine Florence auch gut macht. Zwei. Drei Jobs? Und sie hat fast eine B.T.E.K. Oh, das ist wahr. Sie ist nach Uni nächstes Jahr. Oh, da geht's. Komm mal, lass uns nach Puppenabeyard gehen. Die Jungs würden dich lieben sehen. Ähm. Können wir noch irgendwas hier machen? Klar. Was auch sonst als 10 Wob? Ist der noch da? Oh nein. Okay, ihr wisst, was kommt. Wir wissen es alle. Was? Was? Moment! Schieben, plötzlich ein Imbiss in Arber. Perfekt. Okay, das hatte ich anders in Erinnerung. Ich dachte, er mag es nicht. Vielleicht hat er jetzt Gefallen dann gefunden. Kann ja sein. So, hier ist immer noch nichts los. Mhm, 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 mhm. Ja, auch die Musik läuft schon an. Es geht im Ende zu. Aber das ist auch okay. Mhm, 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 mhm. Ölbrötchen. Die Spielzeuge sind auch alle verkauft. Ja, ich glaube, den neuen Markt, den werden wir vielleicht nicht mehr sehen. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob es dann noch einen zweiten Tag gibt. Aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht so ist, weil wir sollen ja den Bürgermeister treffen. Das war es hier, oder? Ich glaube, wir können den Zimmer machen. Dann gehen wir mal in die Gasse. Warte mal. Das muss sein. Mh, 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 mh... Will ich den so lange nerven, wie wenn der G-Bone kriegen? Ich glaube nicht, ne? Er hat ja seine Waschmaschine auf seinem Balkon stehen, die aber vor allem viel zu klein ist. Ich glaube, mit ihm kann ich nichts machen. Er ist immer noch so angetan. Vielleicht gibt es doch eine Cheap, wenn man das von Anfang an mal jedes Mal macht, wenn man hier ist. Habe ich vielleicht einmal vergessen. Oh, er pennt. Nee, das ist der Monopoly. Der Monopoly war... Ja, okay. Oh. Aber er verdient ja Geld. Warum holt er sich kein richtiges Haus? Er hat Flashbacks, Vietnam-Flashbacks, die ich vorhin angesprochen habe. Okay, chill. Ja, ist ja gut. Machst du das jetzt? Ich will ein Achievement. Ich will ein Achievement. Okay, leider kommt nichts Neues mehr, glaube ich. Äh, die Couch sift. Okay, wir sind im Müll, ne? Okay, wir gehen weiter. Ab zur Kneipe. Sind wir dem Ende schon nah? Ach, guck mal, wir kriegen alle einen zusammen. Schön. Oh, du weißt denn, was? It's nearly as big as mine. Piet ist immer noch hier. Was? Nichts Neues, Jungs? Na gut. Ich brauche nichts Neues. Oder? Auch nichts Neues? Er poliert seinen Kolben. Heißer Knüppel meine ich. Hm. Gut. Was war hier nochmal? Hier war der Maul auf dem ersten Mal. Stimmt. Am Stift immer noch. Er ist ja auch ein nachträktiver Mensch, muss man sagen. Da verstehe ich das schon. Hm. Er ist wieder hier. Das stimmt. Das stimmt. Mhm. 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 ist ja mittlerweile leer. Oh. Oh, der Mann seine letzte Freude. Oh Gott. Der wurde komplett ausgenommen, der Bruder. Entschuldigung. Oh ja, der Bodentyp. Stimmt. Hat der jetzt seine Bohnen bekommen? Vielleicht können wir mit ihm noch mal reden. Oh, der wäscht seinen Topf. Und seine Suppe. Ich schieb die mal zu dir. Oh, er kommt selber. Oh, er will es sogar. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Ähm. Ich helfe dem ja nur, ne? Der möchte, dass der so. Oh Gott, das muss so weh tun. Die Suppen shoppen. Mhm. Ja, ja. Das ist wunderschön. Oh nein. Das ist echt eklig, Digga. Baaah. Hey, love. Schau, wer kommt für Tee. Hä? Hallo, lovey. Wie komme ich denn jetzt hierher? Ähm. 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 Kein Essen. Schwimmig. Oh, dear, oh, dear. It's really broke. Please won't you help us. Zigzag-Clock. Ähm. Forget that clock and batch this mole. We need to knock him down the hole. Was? 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 Your garden is fine. Come here instead and help me slice my crusty bread. Was? Spin my grinder round and round or stop until my meat is drowned. I think it's still a little brock. Help us fix our tiki-tok. Das ist alles so dumm. Where have you been, lad? Can't you see? There's 40 moles and one of me. Okay. Was ist denn jetzt los? Jerry, get a proper slice. Move the handle left and right. Ah, ich muss, okay. Spinning quickly is the key to make the mince for shepherd's tea. Hm. Before we all sit down to eat, we'll have to bash on every bean. Hm, das wird so nicht funktionieren, Lini. Now then, lad, my garden's full of dirty moles you need to call. Digga, was ist denn jetzt hier los eigentlich? Alan, shall we do it right, left and right as bad rides? Turn the crank and make it snappy. We need this beef to make the pass it. Es ist alles furchtbar hier gerade. That meaty clown come help with this. I need to chop up all my fish. Ha, alter Junge. Help me please, I'm in distress. I just can't see with all this mess. Was ist denn hier los? Ach, er ist das. Forget that truck, we need you more. There's so much soap spilled on the floor. That's it, young man. You've mopped enough. Now help me, chop me tatties up. Come on, lad, you must use law. Give that car to another girl. Still a mountain. I could scarcely drive my truck if I got saved through all this money. A woman's work is never done. Clean up please, I don't want. Maybe been your silly start. Chopping chippies is your job. Help me keep the crime at bay. Oh. My dog needs stroking every day. My dog needs stroking every day. My dog needs stroking every day. Uuh. What is denn das jetzt hier, alter? Uuh. Ähm. Slice the bread and make it thin. Careful now, my arm is in. Ich f- Was? Bust, young man, bust that bloke. Won't you give my dog a strok? Uuh. Das ist alles so furchtbar. Bust until we both fall off. Can you not hear what we both said? Bust that mole until he's dead. Cut straight through that lovely crust. Don't feel super, what needs must. A bash a day keeps felons down. I've got the cutest dog in town. I hope I catch a fish or two. What's the matter, feeling blue? Ja, genau. Oh. Please don't stop you with our clock. Give that bastard mole a knock. My lobe needs slicing, can't you tell? My arm is in this blooming thing. Shhh. Here we are getting nuts. Oh lol, the first fish was. Help us with the sticky floor. Peter, no! We need a little more. Hang on, why is it me and so? Hä? Oh, Reggie is quite unwell. Now we've been the overlord. Help us flying down the road. Cut my head off. I'm a fish. Was? Who taught you to drive all this? What is that here? Peter, no! You need to chop some maa, of course. Also, you must play. It's so a great game, actually. Easy, you know, let's keep it still. Look at little Reggie Dribble. Now I come back here tonight. So, angeln wir Geld. Time to tickle, tickle, tickle. Get him, butch him, make him stop. Hey, hey. You have the ride. Hey, what is that los? Chopper fish, your blood comes out. Was? I miss my dad, I miss my mum. Oh, we know him from the ratten thing. Come here, Tommy. Yum, yum, yum. Why are you doing this? I love the smashy funky sound. Don't be coy now, stick around. Get the fish. In the hole. It's all so stupid. I'm getting ready to go. Get ready to go. Get ready to go. Get ready to go. Get ready to go. Fix the gloves. Okay. Ah, no, I still need to do okay. Oh, da bist du am liebsten, er sollte dich jetzt bereit sein, wenn du ihn möchtest. Zu viel Zischhose, ja, das stimmt. Ich habe mir ein paar Achievement durchgelesen, da stand einmal Warten Rezeption, das haben nur 9%. Muss ich jetzt warten oder am Anfang des Spiels, das ist halt die Frage. Wir warten mal kurz. Ich passiere mal kurz die Folge, bis gleich. Okay, dann machen wir das Spiel zu Ende. Und die 15 Minuten, das kann ich ja off-stream machen. Und dann muss ich noch das eine Achievement holen, ich weiß noch nicht, wie wir das machen, aber das muss ich ja nicht unbedingt jetzt im Video zeigen. Oh, danke für die Glückwunsch, dass du hier bist. Ich bin gerade um zu diesem leckersten Amsani zu sprechen. Ich habe das Maoral-Mustard verloren. Okay, wir haben das Spiel durchgespielt. Ein Glück, dass es vorbei ist. Ja, ich bin gerade ein Glückwunsch. Ich habe immerhin sein, wie du das machst. Ehrlichen Glück, ja. Aber wie hätte ich denn mehr über die Drinks herausfinden können? Was machst du jetzt? Das ist eine gute Frage. vielleicht noch ein paar runden fort mit name gucken wir gleich sobald das spiel also sobald der ding so ist die folge beendet habe können wir mal kurz gucken ich glaube das hieß f punkt a punkt s punkt t punkt also fast und dann neid oder sowas fast neid aber halt so geschrieben da meine haare sind auch wieder richtig und fliegt sich mega ich glaube das würde ich hab's mal in chat weil ich glaube so ungefähr hieß das so moin leute ich bin da ich bin auch dabei verdammt wie ging das meme nochmal wie ist denn der typ nummer paul keine ahnung der mei freuden kabel sezer vielleicht können wir den ersten also das erste game von dem auch noch mal zocken aber ich habe den namen vergessen das geht sogar nur eine halbe stunde glaube ich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist das, das ist das. Das Spiel gibt es in Russisch, aber nicht in Deutsch. Das prüfen wir gleich. Vielleicht hätte ich es auch auf Deutsch spielen können. Hä, Diko Deutschland geben, hat Japan gemacht? Haltest du mich verarschen? Die Diko Deutschland geben, die hat das Spiel in Japan übersetzt, aber nicht in Deutsch? Ihr wollt mich verarschen? Die hat auch Korea gemacht. Ich fühle mich verarscht. Brasilisch, also Portugiesisch. Ich raste aus. Wieso gibt es Portugiesisch, aber kein Deutsch? Vielleicht gibt es Deutsch, aber dann regt mich umsonst auf. Das werden wir gleich prüfen. Das geht noch weiter. Oh, nein. Komm schon, Mann. Verdammt, Meg. Oh, wir haben es geschafft. Sehr gut. Tja, das war... Thanks, Godness, you're here. Ich fand... Ich fand... Ich fand, es war ein cooles Spiel. Aber hat... Also... Ich glaube, wenn du das... Wenn du das Game spielst, wirst du irgendwann, glaube ich, Geist ist krank oder so. Ey, das ist schon... Das ist auf jeden Fall ein crazy Game. Das ist sehr weird. Aber... Ich fand es auch sehr cool, muss ich sagen. Also, ja. So, ich will jetzt mal ganz kurz gucken. Sprache ist doch Deutsch. Okay. Aber es gibt keine Sprachübersetzung, right? Na gut, dann. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Das war... Thank goodness, you're here. Macht's gut. Und rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.